Komm, 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 komm! Stirb! Das ist ja kläcker! Da muss man wegwerfen Wo darfst du denn hin? Wenn ich jetzt schieße, bin ich wahrscheinlich tot. Aber den kriege ich so noch. So, abhören. Komm schon. Wie sieht der denn aus? Okay, der Clicker ist so übler, aber... Der Wanner ist auch nicht so ganz ohne. Ich brauche mir was zum Schmeißen her. Ey, mir liegt voll. Ich habe nur ein einziges. Da dürfte es jetzt gewesen sein an Infizierte. Hier könnt ihr den noch erschießen. Komm. Wieso kann ich den nicht greifen? Okay, ihr könnt kommen. Ja, wie hätte ich denn das sonst anders machen sollen? Dreck. Wie geht's nicht? Gar nicht schlecht, Joey. Ja, so bin ich. Verschwinden wir von hier. Oh. Oh, hier. Das halte ich von dem Plan. Oh. Toll, so. Ein Schuss. Äh, da. So. Halten. Waffe wechseln. Oh, das war ein Rett. Jetzt kann ich mich hier nochmal kurz umgucken, wie das hier auszutallen ist. Wo kommen wir denn jetzt hier lang? Hier hoch wahrscheinlich. Komm wir hier lang. So. Na, und zieh, Junge. Zieh, zieh, Sierra. Gut. Und was los? Okay, halt fest. Ach so. Ich hab hier jetzt nichts besser zu tun oder mit. Okay. Toll. Hier kommt so schön bequem durch, wa? Mal hier. Alles klar. Schere. So, Klinge. Mediket voll. Ich hab aber auch keins verbraucht. Guck. Alle vier Balken. Wow. Dann mal los. Gehen wir dann. Ja, dann ab runter hier. Ab zum Rathaus. Vorsichtig. Ich will nur noch, dass hell wird und ich beim Rathaus bin. Ich will ins Bett. Äh. Loot. Das ist nicht ne Kiste. Halt dich an, um nachzuschauen, was drin ist. Das sieht ja schon viel versprengend aus. Danke. Wenn wir zurück sind, lass uns erstmal ruhig nach. Du willst das ruhiger angehen. Hey, du sagst es doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Ja. Ich glaub das erst, wenn ich's sehe. Ach da. Da gehen die aber auch ohne mich lang. Ja, da sind die eiskalt. Statt mir Bescheid zu sagen. Pass auf. Hier geht's lang. Nein. Lassen sie mich erst durchs Wasser warten. So. So Leute, kommt. So. Oliver L.L.F. Pfff. Kenne ich ihn. Hier lang. Da leuchtet was. Da kann ich nicht Sachen aufheben. Oh ja. Also das hört sich echt schon bedrohlich an, wenn das Gebäude hier so schnitscht und knarrt. Sammelt der hier alles auf, ey. Warte. Schatz. So ein Stein. Am Ärmel. Firefly. Ja. Die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt. Molotor. Setz den Molotor. Nein, ich bin... Ups. Sorry. Kommt. So. Oh, U-Bahn. Firefly-Karte. Trifft dich mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Mädchen, 1,60, 60, 14 Jahre alt habe ich. Wer mag da sein? Auf der Quarantäne-Zone. Siehst du? Nicht unsere Leute. So, wir müssen jetzt hoch, aber hier sieht schlecht aus mit hochkommen. Gucken wir mal, wo kommen wir denn da hin? Warte, 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 funkelt. Pillen. Dann geht's nicht lang. Von da unten kommen wir. Wie du schön. Da drüben, siehst du's? Was sieht sie aus? Mann, wir sind weg raus. Okay, Joel, du gehst vor. Ich passe hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. So, wenn man sich hört, halte an und warte, bis sie. Ey, die rennt hier rum, ja? Ich verrenke mich beim Schleichen und die rennt hier. Ich habe nicht mal wirklich eine Ahnung, wo ich hin muss. Was glaubst du jetzt hier stehen, oder gehst du wieder weg? Ich hasse die scheiß Dinger. Nein, die Fresse. Ey, ist sie irre? Schön, sie können hier anläuten. Stört die gar nicht. Bring mal ein bisschen Licht ins Dunkel, hier, aber. Sind alle blind. Ist ja irre. Ähm. Der kommt jetzt hier reingetaumelt. Ne, der kommt da reingetaumelt. Ey, die rennt da was zurecht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich stand. Geht's hier raus? Ah, habt ihr nicht gesehen? Da war ihm so ein Symbol unten links. Ich soll doch mal bitte meinen Controller schütteln. Na, hat er die Taschenlampe geschüttelt? Voll süß. Platz. Hier ist nichts drin. Mensch, Ellie, bitte steh mir neben dem Weg rum. Hier, Land. Schafft. Na los. Sei ruhig, Mann. Ich glaub, ich interessiert ihn ja auch nicht. Ja. Soll ich jetzt hier durch, irgendwie, oder? Ähm, ja. Kommt jetzt. So ein kleiner Hinweis, wo ich hin muss. Ist da nicht so viel verlangt. Oh, die Klicker, die Klicker, die gehen mir auf den Zünder. Aber ich muss hier lang. Ich weiß, ob ich hier lang. Und das ist doch nicht, den es nicht interessiert Hm, wo komme ich jetzt hier raus? Ja, ich auch noch Aber weiter doch schon richtig Ey, du rennst hier einfach, du irre So Ich habe nämlich gewusst, dass die Munition hat Intuitiv Mann, hier habe ich doch angefangen Das ist wieder Lens Hardwood Soll ich mich doch verarschen hier Wo war denn da vorne ausgang? Ich habe zwar ein großes Tor gesehen, aber da ging es doch nirgendwo raus Soll ich mich doch nicht Soll ich mich doch nicht Soll ich mich doch nicht Ach, da hoch, wa? Na klar, da hoch. Für den Sieg. Was soll ich denn jetzt machen mit dem? Kann ich nicht greifen. Scheiße! Oh, nee!